Diese Woche in Der Aktionär. Historische Kaufchance. Diese Tech-Werte gehören jetzt in ihr Depot. Außerdem, neue Zeit bricht an. Vorstandswechsel bei Volkswagen. Der Aktionär. Ab sofort als E-Paper erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir müssen natürlich sprechen über die Zinsanhebung, die es gestern gegeben hat. Wir haben eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten oder 0,75 Prozent, wie man es früher gesagt hat, gegeben. Der Markt hat irgendwie aufgeatmet. Ja, es war tatsächlich ein Prozent mal so im Gespräch gewesen. Aber der Markt hat aufgeatmet, weil gesagt hat, Gott sei Dank nur in Anführungszeichen 75 Basispunkte. Vor einem halben Jahr noch absolut undenkbar gewesen. Es ist jetzt schon so ein bisschen Normalität oder so ein bisschen, ja, wir wissen, 75 Basispunkte können wir verarbeiten und die Welt dreht sich weiter. Der Goldpreis hat vorher, glaube ich, schon ein bisschen viel vorweggenommen gehabt und hat dementsprechend dann auch positiv reagiert. Konnte gestern nach oben ziehen. Noch ein bisschen besser schaut es sogar später dann beim Silberpreis aus. Ja, wir haben den Goldpreis. Natürlich ist noch eine Menge Arbeit für die Bullen zu tun. Vielleicht ein Wort mal so grundsätzlich zu der Situation. Wir haben ein sehr, sehr schwieriges erstes Halbjahr gehabt. Also nicht nur im Goldbereich. Wir haben auch bei den Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen. Wir haben überall ein sehr, sehr schwieriges erstes Halbjahr gehabt. Und sowas macht auch psychologisch was mit einem. Da nehme ich mich gar nicht aus. Wir sind ja nicht gefallen wie ein Stein jetzt, sondern wir haben immer mal wieder so kurze Zwischenerholungen gehabt, die teilweise eigentlich auch recht verheißungsvoll ausgesehen haben. Und trotzdem hat es uns diese verhalten bullischen Setups immer wieder in der Luft zerlegt. Und das führt so ein bisschen dazu, dass man in so einer Phase jetzt, wo das Ganze so langsam nach oben wieder dreht, die Risiken überschätzt. Das heißt, dass man dann so plötzlich bullische Setups hat. Wir haben sie jetzt bei einigen Uran-Aktien, wir haben sie bei einigen Lithium-Aktien. Setups, wo man sagen kann, es schaut so ein bisschen aus, wie wenn es jetzt nach oben geht. Man fürchtet noch ein bisschen den Einstieg, weil eben dieses letzte halbe Jahr eingeleert hat, schlechter geht immer so ungefähr. Also von daher, das ist psychologisch normal, aber ist eben auch ein Zeichen, dass wir in der Nähe von einem Boden sind, weil eben sehr, sehr häufig an so einem Boden dann die Risiken viel, viel höher eingeschätzt werden als die Chancen. Tappen Sie nicht in diese psychologische Falle, sehen Sie das Ganze, soweit es geht, nüchtern. Ziehen Sie den Chart heran, ziehen Sie die Fundamentals heran, schauen Sie sich an, passt die Story noch? Wie schaut der Chart aus? Haben wir ein bullisches Setup? Und dann können Sie es trotzdem, vielleicht sogar mit einem engen Stopp, wenn Sie möchten, versuchen dann wieder einzusteigen. Weiß ganz einfach, lassen Sie sich da nicht von der Psychologie leiten. Für meine Stimme muss ich noch ein bisschen entschuldigen, aber es ist tatsächlich noch eine Corona-Nachwirkung bei mir, dass ich jetzt irgendwie, ja, obwohl der Test jetzt negativ ist und zwei Tage oder drei Tage keine Symptome mehr haben, ich wollte dann mal wieder mit Husten und so weiter zu kämpfen haben. Ja, also ich denke, die Sendung bekommen wir zu. Wenn wir auf den, oder durch heißt das Wort, wenn wir auf den Silberball schauen, auch da, wir haben so eine erste Gegenbewegung gesehen und ich glaube, ich habe Silber auch, habe ich den auch ein bisschen länger dabei? Nein, muss ich noch einmal zurückgeben. Also es ist eine Menge Arbeit für die Bullen, die wir hier haben im Silberbereich. Aber wir haben diese 18 verteidigt, wir haben diesen Bereich um 18 Dollar verteidigt, wir sind nicht mehr auf diese 17,50 zurückgefallen. Und ja, wir müssten jetzt mal hier über diesen Bereich, der ungefähr bei 21,50 liegt, mal drüber gehen, um so ein bisschen Luft zu bekommen. Das ist natürlich noch eine Menge Arbeit, die vor uns liegt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einen ersten Schritt gemacht haben. Und insbesondere Silber, wir haben das letzte Mal bei den COT-Daten bei Silber gesehen, dass die Commercials nur noch mit etwas mehr als 8.000 Kontrakten netto short gewesen sind auf den Silberpreis. Und das ist auch so eine Zahl, die sieht man im Prinzip eigentlich nur, wenn wir uns in der Nähe eines Bodens befinden. Klar, es kann dann immerhin so Extreme gehen, dass man sagt, oh, die Commercials sind dann sogar vielleicht mal auf die Longseite gewechselt, was untypisch wäre, weil dann natürlich ja die traditionellen Hedger gehören. Aber sie taugen eben nicht als Timing-Indikator, aber sie zeigen uns ganz gut, wo wir in so einem Zyklus stehen und wir stehen irgendwo in der Nähe von dem Boden. Ob das jetzt das Tief war, ich meine, das ist so ein bisschen diese Crystal Ball, also diese Kristallkugel, dass man sagt, dieser Anstieg war jetzt hier, das war jetzt so diese Trendwende im Prinzip. Wir sollten mal hier hinsteigen, vielleicht nochmal zurücksetzen und dann da drüber steigen, da hätten wir mehr Gewissheit. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man so mit einem engen Stopp arbeitet, kann man bei der einen oder anderen Aktie schon mal wieder den Fuß in die Tür stellen. Was wir natürlich sprechen müssen auch, nicht nur über Gold und Sünder, wie ich es am Anfang gesagt habe, sondern über den Newman Crash, den Newman Schock, das Newman Disaster. Also der weltgrößte Goldproduzent hat Zahlen gemeldet und die sind schlecht ausgefallen. Er lag doch deutlich unter den Erwartungen, 17 Cent unter den Erwartungen und die Aktie wurde abgestraft. Jetzt, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir von hier bis hier, innerhalb von drei Monaten hat diese Aktie rund 50 Prozent verloren. Okay. Die Story ist die, jetzt sagt man natürlich, wenn im zweiten Quartal die Zahlen schon so schlecht gewesen sind, wo der durchschnittliche Goldpreis noch über 1800 Dollar gelegen ist, was passiert dann im dritten Quartal? Muss man eventuell die Dividende kürzen? Also, Newman zahlt aufs Jahr hochgerechnet, ich rechne dich nicht von der Quartalsdividende, man zahlt einen Dollar, wo man sagt, diese Dividende von einem Dollar, die ist sicher bis zu einem Goldpreis von 1200 Dollar. Und dann zahlt man zusätzlich noch 1,20 Dollar, sogenannte Bonusdividende, aber diese Bonusdividende basiert auf einem Goldpreis von 1800 Dollar. Jetzt muss ich Ihnen nicht sagen, dass wir momentan unter 1800 Dollar beim Goldpreis stehen und jetzt könnte es natürlich durchaus sein, dass Newman hergeht und sagt, okay, wir kürzen diese 1,20 zum Beispiel mal auf 80 Cent. Und das ist das, was der Markt momentan so ein bisschen spielt. Dann wäre die Dividendenrendite historisch gesehen immer noch hoch, aber der Markt hat sich irgendwie an diese 2,20 Dollar im Jahr gewöhnt. So, allerdings hat Newman, jetzt wird es ein bisschen enger wahrscheinlich, auf dieser Tafel, man hat mittlerweile 4 Milliarden Dollar Cash aufgebaut. Und jetzt kann es durchaus sein, dass das Board von Newman, das ja letzten Endes die Dividende beschließt, sagt, okay, unser Kurs ist so hinter die Räder gekommen, wir können es uns leisten, die Dividende konstant zu halten, um den Kurs zu stützen, halten wir die Dividende konstant. Das ist natürlich noch ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Wir müssen erst mal schauen, wie dieses Quartal weiter verleuchtet. Vielleicht springen wir wieder zurück über die 1800 Dollar bis zum Ende des Quartals und das Ganze ist gar kein Thema mehr. Aber das ist alles so, was der Markt spielt. Ich persönlich glaube, und ich muss allerdings einschränkt dazu sagen, dass ich selbst ein paar Newman-Aktien nach wie vor habe, dass dieser Kursrutsch hier übertrieben ist. Man hat immerhin noch einen Free-Cash-Flow gehabt von 500 Millionen, also eine halbe Milliarde, die in die Kasse geflossen ist. Von daher glaube ich tatsächlich, dass das ein bisschen übertrieben ist, was momentan gemacht wird. Wenn man jetzt Newman sagt, muss man auch Barrick sagen, und zwar deshalb, weil Newman und Barrick zusammen mit Nevada Gold Mines den größten Minenkomplex weltweit betreiben. Da macht man über 4 Millionen Unsen im Jahr. Und dort sind die Kosten nach oben geschossen. Man hat auf Nevada Gold Mines, hatte man Kosten von über 1250 Dollar oder im Bereich von 1250 Dollar. Und das ist doch relativ viel. Und da Barrick den größeren Anteil hat, müsste eigentlich Barrick auch ein Kostenproblem haben, ähnlich wie es Newman gehabt hat. Aber Barrick hat ja bei den Vorabzahlen gesagt, dass wir ungefähr 7 bis 8 Prozent Kostensteigerung haben würden. Das würde bedeuten, dass die anderen Minen von Barrick relativ gut performt haben müssen. Deshalb sind die Zahlen von Barrick Gold sehr, sehr spannend. Aber Sie sehen, diese Aktie ist natürlich so ein bisschen in Sippenhaft genommen worden mit Newman, weil eben dieser größte Minenkomplex den beiden großen zusammengehört. Insgesamt könnte man angesichts dessen, was da gerade passiert, tatsächlich mal lauter darüber nachdenken, das haben wir auch schon öfters gemacht, ob nicht ein Zusammenschluss von Newman und Barrick für beide Seiten von Vorteil wäre und vielleicht auch von den Anleger. Aber da spielen immer ein bisschen Egos auch mit in unserer Branche. Herr Knieku-Igel hat gestern nachbörslich Zahlen gemeldet, die Aktie ebenfalls deutlich unter Druck gekommen. Die Zahlen waren aber gut gewesen. Er hat 60 Cent gewinnt, die Aktie gemeldet. Der Markt hat mit 62 Cent spekuliert. Die waren also deutlich besser gewesen als bei Newman. Also zwar eine kleine Enttäuschung, aber die Aktie ist nachbörslich fast 5 Prozent nach oben geklettert. EGNIKO profitiert ein bisschen davon, dass man einerseits Minen in Finnland hat, also da in Euro, und Minen in Kanada hat und da in kanadischen Dollar. Und im Vergleich zum US-Dollar hat man da ein bisschen Währungsgewinne machen können. Von daher war es nicht ganz so schlimm. Aber EGNIKO sagt auch, das Thema Inflationsdruck und Kostendruck wird auch im zweiten Halbjahr ein Thema bleiben. Dort sind die Zahlen waren doch wirklich in Ordnung gewesen, die man hier gestern nachbörslich vorgelegt hat. Wesentlich besser als zum Beispiel KINROS Gold. Die haben eine klare Verfehlung gehabt. Ich glaube, die haben einen 3 Cent Gewinn gemeldet. Und 7 Cent Gewinn waren erweitert gewesen. Die Aktie knickte nachbörslich über 2 Prozent ein. Man muss allerdings auch sagen, dass KINROS mittlerweile so eine Historie an Enttäuschungen hat. Und das Papier eigentlich nach allen Maßstäben eigentlich nicht mehr teuer bewertet ist. Ja, es sind immer so Nackenschläge bei KINROS. Aber ich glaube tatsächlich, irgendeiner müsste sich KINROS mal unter den Nagel reißen, das ganze Ding restrukturieren, vielleicht ein, zwei Projekte verkaufen und das Ganze vielleicht irgendwo eingliedern. Es könnten Chinesen sein. Wie gesagt, ich hatte mal spekuliert, dass eigentlich Barrick ein logischer Kräufer wäre. Aber die haben gesagt, also Mark Brüste hat gesagt, nein, 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 nein. Also KINROS, nein, wollen wir nichts damit zu tun haben. Von daher, der logische Kräufer hat Nein gesagt. Aber es könnte durchaus sein, dass da ein bisschen Interesse kommt. Problem natürlich bei chinesischer Seite ist aber, dass man Minen in Kanada und USA hat. Das relativ schnell zum Politikum werden könnte. Vielleicht kommt auch ein Australier her und fragt mal nach. Also ich könnte mir schon vorstellen, bei der aktuellen Bewertung, die doch deutlich unter Buchwert ist, dass irgendwann mal dieser ganze Laden über die Theke geht. Und ich glaube auch nicht, dass das Management und die Aktionäre da wirklich viel dagegen hätten, so wie die Performance in den letzten Jahren gewesen ist. Ein Blick mal auf die Minenaktien. Genau da hatte ich jetzt gedacht, ich habe zwar Silber, aber ich habe bei Endeavor Silber, die habe ich einfach mal willkürlich herausgepickt. Es schaut ein bisschen so aus, als ob man hier so einen Boden einziehen will. Und wenn wir uns das Ganze mal im längerfristigen Chart anschauen, wir haben hier mal den Fünf-Jahres-Chart dabei, dann sehen Sie, welche Bedeutung dieser Bereich hier hat. Also das ist ein ganz massiver Unterstützungsbereich. Und wenn wir in diesem Bereich drehen könnten, dann hätten wir relativ viel Potenzial wieder nach oben. Also Endeavor Silber und jetzt die Geschichte, die haben wir schon ein paar Mal hier in der Sendung oder in der Media auch gehabt, aufzurollen, ist ein Wert, der eine sehr hohe Affinität zum Silberpreis hat. Das heißt, Sie haben da relativ hohen Hebel drauf in beide Richtungen auf den Silberpreis. Und es schaut so aus, noch mal eins zurückgehen, dann sehen wir es, als ob wir hier an der Bodenbildung arbeiten. Und ja, natürlich können wir nicht sagen, das war jetzt der Befreiungsschlag, das wäre ein bisschen vermessen. Aber Sie sehen schon, ja, wir schauen so, dass wir hier im Bereich von 3 Dollar irgendwo einen Boden einziehen könnten. Und wenn wir uns eben diesen längerfristigen Chart anschauen, und ja, da hätten wir die 3 Dollar Marke, aber die ist ungefähr hier. Also das ist schon so ein Bereich, wo Sie sagen, die haben wir schon ein paar Mal getestet und es wäre schon gut im Sinne der Bullen, wenn wir den verteidigen könnten. So, ein Sektor, der gestern im Rampenlicht stand, war der Uransektor, und zwar angetrieben von Cameco. Ich muss jetzt einschränkt Ihnen hinzu sagen, ich habe auch ein paar Cameco-Aktien, aber mit irgendwas muss man ja auch mal Geld verdienen. Cameco hat gestern Zahlen gemeldet und erweitert war vom Markt gewesen, dass man das hier meldet, einen Cent gewinnt und tatsächlich hat man gemeldet, 18 Cent pro Aktie gewinnt für das zweite Quartal. Das hat den ganzen Sektor nach oben gespült, wir haben die kleineren Werte, wie die Uranium Energy, eine Denizen, auch eine Energy Fuels zum Beispiel, haben wir auf der Gewinnerseite gestern gehabt, aber auch eine Cameco hat gestern über 8% zulegen können. Von daher, ja, sehr, sehr schöne Bewegung. Und auch das Chartbild, wir haben die 200 Tage zurückerobert, die 200-Tage-Linie zurückerobert, wir haben hier jetzt einmal angefangen, höhere Hochs zu bilden. Also das schaut schon aus, klar, man kann sagen, wir müssten da noch drüber, wir müssten da noch drüber, aber insgesamt schaut das schon sehr ordentlich aus und wie gesagt, das ist das, wo ich am Anfang der Sendung, damit schließt sich dann auch der Kreis, zurückkomme. Man neigt dazu immer dann, wenn man so eine Phase hatte, wie das letzte halbe Jahr, wo im Prinzip alles, was man gemacht hat oder alles, was man machen konnte, schiefgegangen ist, neigt man dazu dann zu sagen, da neite ich lieber noch ein bisschen, brauche noch eine Bestätigung, brauche noch eine Bestätigung. Aber tatsächlich ist es so, dass einige Charts schon wieder so ein bisschen so ausschauen, wie man einsteigen kann und der Oran-Sektor gehört auch dazu. So, das war es von meiner Seite und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal, was ist heute Donnerstag, kann ich schon ein schönes Wochenende wünschen, noch ein bisschen zu früh dann, aber wenn Sie möchten, sehen wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich wieder mit etwas kräftigerer Stimme, dann können wir uns auch ein bisschen länger machen. Ich habe gesehen, einige Kollegen machen da deutlich längere Sendungen mittlerweile, deshalb kann die Regie auch nichts mehr sagen, wenn wir künftig ein bisschen länger machen. Also in dem Sinn wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche, wenn Sie denn möchten. Ciao, servus, machen Sie es gut.